Moin Leute, es geht wieder los. Neue Produkte, passend für den Sommer. Genau dafür haben wir jetzt die perfekten Köder und auch noch ein paar andere Sachen. Viel Spaß. Ja, fangen wir an mit unserem ersten Produkt. Das sind neue Sonnenbrillen. Die bohlen es normalerweise auf, weil ich bin gerade voll geblendet. Drei Sonnenbrillen. Alle drei polarisieren, drei verschiedene Designs. Wir reden was dabei. Einfach mal anschauen. Viel Spaß damit. Wir kriegen ja oft auch mal von euch nicht Beschwerden, aber Anmerkungen, würde ich mal so sagen, auf Social Media, dass ihr ein paar Farben vermisst. Aber ich habe gute Nachrichten für euch. Es kommen wieder die Farben, die ihr vermisst habt, die drei Hauptfarben, wieder auf den Markt. Und zwar für den Zander Pro Shed. Das war immer die Farbe Natural Perch. Wer kennt sie nicht. Fire Tiger, Klassiker, vielleicht hin. Und Lemon Tiger, also alle Leute, die halt die Zanderangler, die im Rhein oder am trüben Gewässern kennen die Farben wahrscheinlich sehr gut. Die waren erst vom Markt wieder verschwunden. Jetzt haben sie wieder reingebracht ins Fortiment und wir sagen, ihr wisst Bescheid, ihr kennt die Farben. Wieder folgt damit. Ja, auch in den Stick Shed Farben sind ja einige Farben vom Markt verschwunden gewesen. Jetzt wieder am Start. Zum einen die Farbe Pearl, so ein weiß-Perl-Farben. Ihr wisst schon, die ganzen Leute hier im Rhein und sowas, die im trüben Wasser fischen, kennen die Farbe sehr gut. Natural Perch und Lemon Tiger, wie gesagt, die Klassiker, sind wieder am Start und für euch verfügbar. Ja, und alle Hechtangler unter euch, die in klaren Gewässern angeln, werden diese beiden neuen Farben lieben, von unserem Replica Jointed. Ja, zwei Farben, natürliches Design und halt durchsichtig. Das heißt, ja, halbtransparent. Das heißt, gerade in diesen klaren Gewässern, auch jetzt so wie heute, bei solchen Sonnenschein, bei so klaren Verhältnissen, immer eine Bank, zwei neue Farben für dicke Hechte. Auch für Salmo haben wir jetzt neue Produkte am Start für diesen Sommer. Die Döbelangelei läuft da richtig gut an gerade und da haben wir extra für euch ein Paket zusammengestellt aus drei Ködern, die alle drei perfekt laufen für Döbel. Einfach nur zugreifen, alles in ein Paket, ausprobieren und Döbel fangen. Ja, Sommer heißt natürlich auch Topwater annehmen. Eine Mengelei, die auch nicht oft betrieben wird, etwas verkant ist, aber auf jeden Fall für große Barsche und Hechte immer erfolgreicher ist, gerade im Flachwasser. Und da haben wir jetzt auch drei neue Farben von unserem Papa am Start. Auch, wie gesagt, für klare Gewässer richtig geil geeignet, weil sie auch klar, also clear sind, das heißt, konsparent sind und wie gesagt, für Tage wie heute mit viel Sonnenschein und klarem Wasser immer in der Bank. Ja, auch für unseren Tiny haben wir neue Farben in der Größe drei Zentimeter. Also alle Forellenangler, Döbelangler, Trapfenangler werden die Köder auf jeden Fall lieben. Ausprobieren und auf jeden Fall, wenn die laufen. Auch für unseren Hornet haben wir neue Farben. Eine Rettling-Variante, Floating, also auftreibend. Auch neue Designs mit klaren Dekoren dabei, transparent, für klare Tage, wie gesagt, unklares Wasser, Forelle, Barsch, Hechte, da geht alles drauf. Ausprobieren und wie gesagt, viel Spaß damit. Alle Infos zu unserem neuen Produkt findet ihr alle auf unserer Webseite. Alles nochmal erklärt zu jedem Produkt, was es für Farben gibt, was für Größen und so weiter. Der Link dazu zur Webseite ist unten in der Videobeschreibung zu finden, einfach mal draufklicken. Und ich würde sagen, viel Spaß mit den Produkten, haut ein paar Fische raus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.